ja hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play open ttd schön dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt in dieser folge jetzt darum hier diese eine linie weg zu kriegen und stattdessen den ganzen verkehr der darüber läuft auf diese nebenlinie hier ausweichen zu lassen und ich mache hier gerade noch mal cargo flow weg wie genau mache ich das jetzt ja ist eine gute frage ich denke mal der bahnhof hier wird sowieso noch mal umgebaut werden müssen mehr oder weniger aber was ich einfach mal mache ist ich baue hier irgendwie eine schleife ein das heißt wo fahren die denn überhaupt hin wenn die von da aus kommen die fahren hier ganz unten lang und dann nach elrich ok und haben dabei auch noch keinen weiteren halt ja ok also diese diese linie hier reiß ich momentan erstmal noch nicht ab aber das werde ich später sicherlich auch noch machen und keine ahnung warum hier das ist doch noch einer von diesen alten zügen oder scheinbar nicht das heißt also ich baue das ganze hier einfach mal zu einem kopfbahnhof um so dann ist das ja eigentlich schon erledigt und baue hier noch ein depot hin und dann gucke ich mal jeder der hier jetzt momentan durchfährt er dafür brauche ich eigentlich nur die gruppe hier von dem zug wir haben ja hier alle ihre shared orders die kommen hier rein und wenn ich dann hier den weg zu mache hinter dem bahnhof dann dürfen die am bahnhof wenden und das heißt dann die können hier direkt wieder rausfahren so jetzt gucke ich gerade mal also die fahnen elrich genau elrich ist der erste bahnhof dann bismarck und bad liebenstein soll weg aber nach bismarck sollen sie hier in bismarck ins depot reinfahren und das wärs dann eigentlich auch schon also die linie ist jetzt erst mal umgestellt wie gesagt das mit den gruppen das mache ich alles irgendwann später nochmal ich muss jetzt nur warten bis hier alle züge quasi aus dieser aus dieser verbindung raus sind und wenn die hier alle raus sind dann kann ich diese ganze linie einfach abreißen und dann ist das eigentlich ja schon erledigt da muss ich nur dafür sorgen dass hier auch wieder entsprechend viele züge auf die schiene kommen um den verlust auszugleichen den ich da momentan dann habe an beförderungsleistung und eigentlich sollte ich das wahrscheinlich so machen dass ich das ganze hier auf tier 2 umbauen und dann hier auch in bismarck gar nicht die linie beende sondern die hier ist ja momentan sowieso diese kleine linie total überlastet ich würde sagen dann führt hier eine neue linie quasi von hier von diesem transferbahnhof hier ganz rüber irgendwo und dann mache ich hier einen neuen knoten punkt und von dem kann ich dann über kleinere tier 1 linien die ganzen städte hier neu anbinden und dann habe ich das hier problem hier so ein bisschen erledigt dass hier alles so total überlastet ist das wäre zumindest jetzt so mein plan naja und ich sehe hier ist es auch immer noch sehr überlastet das müsste dieser zug hier sein unter anderem der will jetzt nach reinbach zug depot genau das ist dieser zug hier dann kann ich den sicherlich noch ein oder zweimal klonen kann die hier alle wieder losschicken Und dann gucke ich mal wie das hier dann aussieht also hier ist die linie sowohl in diese richtung als auch dann in diese richtung momentan ziemlich überlastet und das sollte sich dann ja gleich Umstellen so ihr ist bisher immer noch ein zug unterwegs auf dieser linie scheinbar Ja dieser hier könnte das sein aber ich glaube das ganze in rechts richtung kann ich schon mal abreißen Das sollte das sollte schon mal möglich sein Und genau ich muss hier natürlich noch mal gucken dass das hier auch vernünftig funktioniert dass hier die züge wenden können Ja das sieht eigentlich ganz gut aus Oh ne tatsächlich das passt nicht Weiß nicht genau warum das hier nicht passt aber Dann muss ich das hier ein bisschen weiter ein bisschen weiter rechts bauen Also wahrscheinlich ah ja weil das ein das waren Einmal ein bahn signal So hier ist inzwischen auch die linie im cargo flow wieder verschwunden das ist ja genau das was ich eigentlich haben wollte Ich stelle gerade mal hier die transparenz an Kann ich das hier auch vernünftig abreißen Und ich kann auch mal gucken ob ich vielleicht sogar diese Hier zwei linien auf den Auf eine eine stufe schnellere schienen ausbaue Obwohl ich glaube nach dieser lockt die ich jetzt momentan habe die er 96 fahren kann ich glaube danach kommen erst mal Kommt erst mal eine ganze zeit lang keine lockt mehr die schneller als 80 fährt das heißt also ich glaube das lohnt sich momentan nicht wirklich das zu machen Aber ob das wirklich so ist das weiß ich halt nicht Aber ich werde es erst mal einfach nicht machen und dann dann passt das schon Hier müssten eigentlich inzwischen alle züge durch sein die diese strecke hier noch benutzen wollen Das heißt ich kann hier schon mal schön abreißen Dann spare ich auch wieder also die signale sind halt sehr teuer nicht unbedingt nur die die schienen selbst sondern ich meine wenn ich das mal kann ich eigentlich mal gerade nachgucken hier auf infrastruktur ich zahle für die signale Halb so viel wie für die schienen also für die wartungskosten Das ist schon eine ganze menge eigentlich Naja gut zu dem zeitpunkt wo ich dann irgendwann auch schnellere schienen noch baue da wird das sich dann sicherlich noch mal erledigen So komm du wirst du jetzt Und kann ich nicht mit tab halten Ah ja genau das war auch noch was mit tab halten kann ich die also während ich tab halte kann ich die 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 zeit beschleunigen im spiel wenn ich habe dann wieder los lasse dann läuft die zeit genauso Langsam weiter wie vorher finde ich ganz cool eigentlich So also diese linie hier bleibt jetzt erst mal Bestehen Und hier sind jetzt alle züge die vorher da ganz oben im norden gefahren sind aber das scheinen ja nur zwei in die drei züge zu sein Die verteilen sich jetzt hier das heißt also die linie wird vermutlich Relativ wenig ausgelastet seien jetzt erst mal aber hier ist jetzt natürlich hier geht jetzt richtig die post ab Das problem ist halt dass hier dann etwas weiter unten Hier ist es überhaupt nicht so richtig ausgelastet wie ich das eigentlich gerne hätte Das heißt hier einfach mehr züge drauf zu tun auf die strecke ja gut das werde ich jetzt machen müssen aber es ist eigentlich nicht so ganz Nicht so ganz sinn der sache wenn wo wollen die denn hin Ja scheinbar ist das vernünftig was sie da machen ich muss nur gerade jetzt mal gucken dass ich hier auf die strecke also Wie gesagt ganz der weißheit letzter schluss ist das sicherlich noch nicht Aber ich werde das erst mal machen Bad köstritz es sporen irgendwie das ist die linie die hier links rum fährt das war nicht die richtige gruppe die ich da gerade hatte Ich will die t2 Wil nach es sporen okay das heißt also wil muss ich hin und da muss ich die neuen züge dann einsetzen Und ich werde einfach erst mal Drei züge hier noch zusätzlich einsetzen und dann werde ich mal gucken wie sich die ganze situation hier entwickelt Momentan ist ja auch nur wirklich diese eine strecken abschnitt hier überlastet und selbst der ist ja nur ist ja nur gelb und nicht irgendwie noch schlimmer Und hier oben die ganzen züge machen natürlich auch tierischen verlust Und ich meine das liegt auch unter anderem daran dass die hier zu wenig Zu wenig bahnen haben Denn die züge machen mit dem was sie an die städte ausliefern machen sie verlust und mit dem was sie von den städten abholen und in Meinen in mein system oder in mein netzwerk insgesamt einspeisen machen sie Normalerweise gewinnen Das heißt also muss dafür sorgen wenn ich nicht mehr möchte dass die hier dass die hier verlust machen dann muss ich dafür sorgen dass Dass die züge mehr einspeisen ins netzwerk Im verhältnis zu dem Was sie abliefern Wenn das irgendwie sinn macht wegen werde ich hier gleich mal noch ein paar also in beiden städten doch mal ein paar von den pferdekarren einsetzen Und dann sollte sich das hoffentlich Ein bisschen so ergeben dass die züge hier nicht mehr ganz so viel verlust machen 23 3 4 1 2 3 4 So alle losschicken Und jetzt sollte das am ende dann nicht mehr ganz so schlimm sein und diese linien hier sollten auch ein bisschen besser ausgelastet sein Das ist jetzt so meine hoffnung Und hierfür diese gelbe strecke da muss ich jetzt sowieso erst noch warten bis sich das vernünftig verteilt hat was sich jetzt an zügen hier da zusätzlich Auf die auf die strecke drauf geschickt habe Was momentan überhaupt nicht schön ist dass das hier so wenig ausgelastet ist Aber da kann ich leider auch nicht so unglaublich viel dran machen momentan Ich glaube das liegt daran dass ich hier mal diesen stau hatte was Leider ja in einer der folgen war die verloren gegangen waren ich hatte hier mal einen unglaublich langen stau Und hatte das aber nicht gemerkt und die linien hier waren alle rot und das heißt ich habe da immer mehr züge auf die strecke geschickt Weil ich eigentlich dachte die wären unter Na unterfüttert quasi Also da wären zu wenig züge eigentlich lag aber diese Überlastung der linien nur daran dass Na dass sie ich hier so einen riesen stau hatte also war ein bisschen blöd So also ich würde sagen hier in bismarck da kommt dann ein t2 knoten punkt hin Und den würde ich dann Ja das ist eigentlich viel zu wenig abstand zu dem zu dem letzten t2 knoten punkt Schön ist das also auch wieder nicht Schön ist es meistens nicht wenn ich mir das hier alles mal so angucke Ich könnte hier einen hinsetzen und dann könnte ich halt diese linie hier auflösen dann könnte ich halt sagen okay Hier in bismarck kommt normaler bahnhof hin und hier kommt noch ein bahnhof hin und dann habe ich hier Relativ gute anbindung von diesen ganzen städten die relativ nah dran sind Und hier von königssee nach die burg Kann man dann eben nicht mehr über die über nahverkehr fahren sondern da muss man halt dann zurückfahren nach bismarck Ist vielleicht nicht so ganz toll auch wieder Aber ist eben letztendlich das was ich machen muss wenn ich das ganze hier So ein bisschen interessanter gestalten möchte So als nächstes sollte ich eigentlich mal gucken dass ich hier von wund also von dieser von diesem transferbahnhof hier Hier vernünftig rüber komme nach bismarck Über eben die eigentliche stadt wundsdorf ich sehe gerade also hier das muss ich noch tatsächlich ein panel das ist in dieser richtung momentan noch Tatsächlich orange Aber bisher sind die züge die ich jetzt neu eingesetzt habe natürlich auch nicht noch nicht ein einziges mal die ganze strecke abgefahren Also ich denke mal das wird noch Hier dieses ganze minder ausgelastete das ist halt das ist nicht so nicht so schön Vielleicht sollte ich auch lieber mich erstmal hier um kümmern und sollte dann sagen okay Dann habe ich zumindest diese hälfte sozusagen der karte habe ich schon dann einmal abgearbeitet Und dann kann ich mich um alles kümmern was hier jetzt in dieser richtung ist das wäre vielleicht auch gar nicht Gar nicht so schlecht also ich werde vermutlich diese linie hier auch auflösen Und werde stattdessen hier an den transferbahnhof von wundsdorf werde ich Dann werde ich hier die züge anschließen dann wird das hier so ein sternnetzwerk oder so eine art sternnetzwerk Und dann werde ich sagen okay Hier baue ich dann Durchfahrtsbahnhof einfach nur für diese tier 2 linie hin und da wird dann Stadt roda direkt angeschlossen zum beispiel und dann fällt auch dieses hier weg und dann fällt auch wieder die wartungskosten fallen dann weg die ich in diese richtung momentan habe Glaube das wäre auch gar keine so schlechte idee und dieses hier das muss ich irgendwie noch ein bisschen Überarbeiten das ist momentan noch nicht so besonders schön So also hier ist jetzt tatsächlich stau Also ich glaube dass dieser bahnhof hier Überlastet ist das kommt doch eher als ich das eigentlich angenommen hatte Hier von dieser richtung wartet auch gerade einer auf seine einfahrt Das sieht nicht gut aus nicht dass ich das noch in der nächsten folge dann irgendwie den bahnhof hier direkt neu bauen muss Aber es könnte tatsächlich dazu kommen denn ich müsste eigentlich hier auf Auf dieser linie hier Müsste ich eigentlich auch wieder ein paar mehr züge einsetzen Und dann wird die auslastung situation hier in diesem bahnhof nicht gerade besser Muss ich mal gucken es könnte eben auch daran liegen dass jetzt gerade diese drei züge die ich neu eingesetzt habe auf der T2 linie hier dass die jetzt gerade hier den bahnhof ein bisschen verstopft haben Und durch das automatische spacing werden die sich ja noch ein bisschen besser verteilen also Ich gebe mal die hoffnung nicht auf dass ich den bahnhof hier noch nicht wieder direkt umbauen muss Aber wenn hier sowas zum beispiel passiert das wirklich in der einzigen ausfahrt hier direkt ein zug zusammenbricht Dann ist das ganz schön schlecht dann kommt hier keiner mehr weg Und vor allen dingen das dauert ja auch ewig bis er dann da mal den platz geräumt hat Ja das ist überhaupt nicht schön also ich glaube da muss ich noch mal ran vielleicht vielleicht schon in der nächsten folge sogar Und hier diese linie bei wunstdorf die ist momentan Gar nicht so schlimm ausgelastet wie ich das eigentlich dachte Dachte eigentlich wenn ich diese linie hier abreiße dann schlägt sich das relativ schnell hier auf diese linie nieder Aber dies bisher hat nur eine einzige gelbe strecke und der rest ist relativ gut saturiert also Scheint doch nicht so schlimm gewesen zu sein wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte So wie geht das hier jetzt weiter ist die große frage Oder worum kümmere ich mich als nächstes also es sind ja wirklich diverse baustellen Ich glaube ich mache das tatsächlich Kümmere mich als nächstes tatsächlich hier rum Aber letzte folge war ziemlich lang das heißt also diese folge mache ich mal ein bisschen kürzer Damit ich so auf einen durchschnitt von 30 minuten pro folge komme Das heißt also ich überlege mir jetzt zwischen den folgen wie ich das hier genau aufziehen möchte Und in der nächsten folge baue ich das dann auch tatsächlich um Vielleicht sehen wir uns also auch dann beim nächsten mal wieder und bis bald Bis bald